Lifelink Premium, ein tolles Thema heute hier aus dem Showroom in Arnsberg. Mein Name ist Christian Bratz und zu dem Thema habe ich mir unseren Experten aus dem Produktmanagement eingeladen, Ralf Busch. Ralf, schön, dass du da bist. Grüß dich Christian, hallo. Ralf, Lifelink Premium, was genau besprechen wir heute? Lifelink Premium, da geht es natürlich auch wieder um ein Lichtmanagementsystem, was du ja schon gesagt hast. Ralf, Lifelink Premium ist unsere Projektlösung, also unsere Lösung für die großen Anforderungen, speziell für Industriebereiche, Logistikbereiche, aber natürlich auch für Bürobereiche. Und im Fokus steht da für uns speziell das Facility Management, um dem Facility die Möglichkeit zu geben, auch die volle Kontrolle über die Beleuchtung zu bekommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal einen Schritt zurückgehen, denn Trilux kennt jeder seit über 100 Jahren für eine qualitativ hochwertige Beleuchtung. Jetzt so ein mächtiges System, Lifelink Premium, wie kam es dazu? Ja, du hast recht, wir haben ja schon immer herkömmliche Lichtmanagementsysteme gehabt. Hiermit haben wir jetzt ein System, womit wir unheimlich viel möglich machen können, weil wir sind im Markt mit Anforderungen konfrontiert, die unsere bisherigen Systeme einfach an die Grenzen bringen. Dann geht es darum, viele, viele hunderte Leuchten oder Sensoren miteinander zu verknüpfen und zu steuern. Das ist vielleicht auch kombiniert in vielen Leuchtengruppen. Da geht es darum, die Beleuchtung in übergeordnete Gebäudesysteme zu integrieren oder vielleicht auch zum Beispiel Alarmanlagen oder Notlichtsysteme mit zu integrieren. Also da reden wir über ganz andere Anforderungen als die, die wir mit unserem heutigen System abdecken. Und darüber hinaus natürlich dann auch noch zu sagen, wie kriege ich Daten aus der Beleuchtung, um diese auch zu monitoren und zu überwachen. Dann lass uns mal in das System einsteigen, Lifelink Premium. Was genau ist das? Wie funktioniert das? Ja, Lifelink Premium, du stehst quasi daneben. Lifelink Premium ist dieser kleine Schaltschrank. Und das ist nichts anderes auch wie ein Plug-and-Play-System. Ich sage mal ganz nach unserem Motto, simplify your light. Wir schließen 220 Volt an, am Ausgang kommt DALI heraus für unsere DALI-Beleuchtung und das ist im Prinzip schon alles. Das heißt, hier drin befindet sich das gesamte System, die gesamte Intelligenz und die ist gebündelt in einem Industrie-PC. In einem Industrie-PC, das ist quasi unsere zentrale Steuerung und da befinden wir uns auf einmal ganz schnell in der IT-Welt. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie kriegen wir IT und DALI zusammen? Das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Das machen wir mit einem Gateway. Und über dieses Gateway, das ist nichts anderes wie ein Ethernet auf DALI-Gateway, sodass ich die DALI-Beleuchtung mit dem Industrie-PC verbinden kann. Und das ermöglicht es uns mit so einem Gateway auch so eine Anlage beliebig zu skalieren. Also wenn ich zum Beispiel mal einen weiteren Bauabschnitt habe, kann ich das System beliebig und flexibel erweitern. Jetzt ist das ja schon mal sehr durchdacht. Ich kriege was, was fixfertig vorgegeben ist, verkabelt ist. Das eine ist also das Thema der Installation. Das andere ist natürlich, das Ganze muss jetzt zum Laufen gebracht werden. Also die Inbetriebnahme. Wie funktioniert das? Wer kann das? Ja, genau. Installation ist schon mal einfach. Die Inbetriebnahme aber auch. Weil wir haben ja viele Funktionen, die das System abdeckt. Neben den klassischen Energiesparfunktionen wie einer Konstantlichtregelung oder einer Anwesenheitserfassung, HCL-Funktion, Union-Centric Lighting mit einem wesentlichen Bestandteil auch dieses Systems. Oder auch das Abfragen und Monitoren von Daten. Das können wir in Betrieb nehmen mit unserer LiveLink Premium-App. Und das Tolle ist, das kann jeder Elektriker in Betrieb nehmen mit dieser App. Nach lediglich einer kurzen Schulung ist jeder dazu in der Lage, das umzusetzen. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch einen eigenen Inbetriebnahme-Service an, aus unserem eigenen Haus oder auch mit Partnerfirmen, sodass wir da bestmöglich unterstützen können. Du hast mehrfach angesprochen das Thema Monitoring-Daten. Was genau bedeutet Monitoring? Wie funktioniert das beim LiveLink Premium? Ja, was interessiert das Facility Management? Das Monitoren und Überwachen der Beleuchtungsanlage. Und das machen wir ganz einfach mit unserer LiveLink, mit unserer Trilux Cloud. Die sehen wir zum Beispiel hier in einem Dashboard. Wir nehmen die Daten der Beleuchtung, Leistungsdaten, Energiedaten. Wir sehen hier Energieverbräuche, DIM-Level der Beleuchtung oder auch Meldungen, die wir aus der Beleuchtung bekommen. Und diese ganzen Informationen können wir aus der Beleuchtung auslesen und in diesem Dashboard über unsere Trilux Cloud entsprechend anbieten. Was genau kann die Cloud noch? Gibt es da noch Zusatzideen, die da eingebunden werden können? Ja, die Cloud kann darüber hinaus tatsächlich noch mehr. Wir können mit der Cloud zum Beispiel auch einen Fernzugriff auf die Beleuchtung ermöglichen. Das heißt, aus der Ferne die Beleuchtung zu schalten, zu dimmen, Lichtszenen aufzurufen. Wir haben eine Kalenderfunktion. Stell dir mal vor, wir haben Feiertage oder es ist Wochentag. Da sieht die Beleuchtung sicherlich anders aus als in der Woche. Das können wir in der Kalenderfunktion in der Cloud entsprechend hinterlegen. Wir können uns aber auch diese ganzen Daten, die ganzen Informationen automatisiert über ein Report zusenden lassen. Also vieles, was die Cloud möglich macht. Jetzt haben wir natürlich ein sehr rundes System. Eine einfache Installation und Inbetriebnahme, erweiterbar und viele Möglichkeiten, auch gerade sich Dinge anzeigen zu lassen für den Betrieb, aber auch für Wartungsfälle. Jetzt sind da viele Themen, wo der eine oder andere sagt, wow, das sind ganz, ganz viele Sachen, die habe ich so noch nie gehört, da weiß ich gar nicht, wie ich kann nicht damit umgehen. Wie kann Trilux mich jetzt bestmöglich unterstützen, damit ich das auch bei mir in der bestehenden Anlage oder auch bei der Neuplanung direkt vernünftig mit berücksichtigen kann? Da helfen wir natürlich. Wir haben ein ganzes Team, was hinter diesem System steckt. Neben den allgemeinen Informationen, die wir natürlich auf unserer Webseite zu allem Lichtmanagementsystemen anbieten, können wir auch über unsere zentrale Hotline natürlich unseren Kunden zu jeder Frage, Rede und Antwort stehen. Wir können natürlich entsprechende Schulungen vereinbaren. Wir können natürlich auch Inbetriebnahmen vereinbaren, sodass wir unseren Kunden da natürlich immer erster Ansprechpartner sind. Vielen, vielen Dank, Ralf, für diese wirklich interessanten Insights und neuen Ideen. Ich denke, ganz, ganz viele von Ihnen draußen haben jetzt Spaß gefunden an dem Thema Lichtmanagement. Mehr Informationen, mehr detaillierte Informationen finden Sie natürlich hier noch einmal verlinkt. Und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.